Wir haben also ein relativ großes Werkstück mit einigen Bohrungen zu fertigen. Dafür möchte ich aber nicht die Gruppierfunktion der Feature-Erkennung nutzen. Wie kann ich mir hier behilflich sein, ohne in einer Holbox-Geometrie alle Bohrungen Stück für Stück auswählen zu müssen? Im heutigen Quick-Tipp zeige ich Ihnen, wie sich solche Auswahlen in kurzer Zeit vornehmen lassen. Mein Name ist Heinrich Pflaum und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim heutigen Video. Und hier haben wir auch schon unser großes Werkstück mit den vielen Bohrungen drin. Wie gesagt, ich möchte hier nicht mit der Gruppierfunktion bei den Featuren arbeiten, sondern ich möchte hier ein bisschen anders vorgehen. Zunächst einmal erstelle ich mir mit einem Rechtsklick Einfügen und Geometrie, eine übergeordnete Geometrie, das wäre in meinem Fall ja dann die Holbox-Geom. Und jetzt möchte ich alle gleichen Bearbeitungsform-Elemente hier zusammenfassen. Da fangen wir mal an mit dieser Stufenbohrung hier. Entweder ich klicke sie jetzt hier händisch Stück für Stück durch. Das kann aber natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich muss mich auf die Suche machen, dass ich sie auch alle finde. Ich gehe jetzt stattdessen hier oben auf Auswahl. Unter dem Knopf Weitere habe ich nämlich die Möglichkeit ähnliche Flächen alle auf einmal auszuwählen. Wenn ich das hier auswähle, fragt mich das System anhand was es sich orientieren soll und ich sage ihm, hol bitte alle ähnlichen Flächen wie diese Mantelfläche. Wenn man jetzt hier einmal auf Suchen klickt, haben wir auch schon das Ergebnis für uns. Sämtliche Bohrungen, die gleich sind in ihrer Ausprägung, sind jetzt hier selektiert worden. Wenn ich jetzt hier mit OK bestätige, dann habe ich auch schon alle Stufenbohrungen ausgewählt. Dasselbe könnte man, ich lösche jetzt mal die Auswahl bisher. Dasselbe könnte man auch mit anderen Bohrungen machen. Zum Beispiel gib mir ähnliche Bohrungen wie die da oben. Such mal los. Zack und schon habe ich sie hier gefunden. Ich bestätige. Habe ich alle ausgewählt. Ich bestätige nochmal. Da haben wir nun also eine schöne Art und Weise ähnliche Flächen auszuwählen. Das tolle hierbei ist, dass es nicht nur auf Bohrungen begrenzt ist. Das bedeutet, Sie können nun auch beim Fräsen von ähnlichen Flächen die Auswahlzeit extrem reduzieren. Haben Sie noch weitere Ideen oder Fragen, die wir in unseren Quicklips behandeln sollen? Falls ja, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar hier im Kommentarbereich. Wie immer freuen wir uns über einen Daumen nach oben, wenn Ihnen dieses Video hier gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Let's make it real. Janos Engineering.